Sender sortieren. Am Beispiel des Samsung TV Neo QLED 4K QN95A. Es sind neue Sender hinzugekommen und du möchtest sie verschieben oder Favoritenlisten erstellen? In diesem Video zeigen wir dir, wie du die Reihenfolge der Sender anpasst. Halte während des Fernsehens die Sender-Taste der Smart Remote gedrückt, bis die Senderliste erscheint. Links oben siehst du die aktuelle Empfangsart. Direkt daneben kannst du einstellen, ob die Sender numerisch oder alphabetisch aufgelistet werden. Darunter wählst du aus, ob in deiner Senderliste alle TV-Sender angezeigt werden sollen, beispielsweise Samsung TV Plus und DVB-C oder zum Beispiel eine Favoritenliste. So bleibst du zum Beispiel beim Durchseppen in der Favoritenliste. Kommen wir zur Sendersortierung. Starte mit Sender bearbeiten. In dieser Übersicht siehst du die Sendertypen-Auswahl, Favoriten, die Senderübersicht und die Optionen, die dir zur Verfügung stehen. Suche dir in der Senderübersicht den Sender aus, den du verschieben möchtest. Drücke zur Auswahl eines Senders die Eingabe-Taste. Eine Markierung wird angezeigt. Wähle nun rechts die Option Nummer ändern. Jetzt kannst du den Sender an einen Platz deiner Wahl verschieben. Bestätige mit der Eingabe-Taste. Der Sender wurde verschoben. Möchtest du manuell eine neue Sendernummer vergeben, wähle zunächst den Sender, dann Nummer ändern und rufe das Zahlenfeld auf, indem du die Ziffern-Taste auf der Fernbedienung drückst. Gib nun die gewünschte Senderposition ein. Ist der Sender auf dem richtigen Platz, bestätige deine Eingabe. Du kannst auch einzelne Sender sperren oder entfernen und bis zu fünf Favoritenlisten erstellen. Hast du deine Einstellungen vorgenommen, wähle Speichern und Beenden. Schau dir auch unsere anderen Hilfe-Videos an.